Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Let's Play Let's Play 3 Coop. Die Spannung spitzt sich zu. So, das werden. Hallo. Ähm. Ja, sieht schon krass aus hier. Auf jeden Fall auch unfassbar. Interessant. Wie ein Glitzerbogen. Die Viecher da hinten sehen krass. Unfassbar. Mensch, das ist doch klasse. Was denn? Ja, unfassbar. Na? Kennst du das noch? Ne. So, wir müssen wir langen. Gibt hier mehrere Wege, ne? Dann hat man da so Waffen getragen und so. Danik, Sie müssen damit aufhören. Isak, sind Sie das? Wissen Sie eigentlich, dass Sie nicht tot zu kriegen sind? Danik, wissen Sie von dem Mond? Wissen Sie, was er ist? Teil dieses wunderbaren Ökosystems, Schätze. Er ist lebendig, Danik. Er ist hungrig. Und er ist nicht allein. Wenn Sie die Maschine abschalten, setzen Sie ihn frei. Und dann werden er und seine Brüder unsere Marker und uns finden und uns alle töten. Woher wollen Sie wissen, was er machen wird? Sie fürchten ihn, weil Sie ihn nicht verstehen? Danik? Hören Sie mir zu! Danik! Hören Sie mich! Aschloch! Na, was sind denn das für Kraftausdrücke hier? Aschloch! Geh doch mal weg! Nein! Wenn Sie nicht, mach das hier auf und du stellst dich erst mal davor, kann ich vielleicht oder was? Ich glaube wohl. Ja, warte ich nicht. Das Ding hier kann man mitnehmen. Ja, nimm mit. Ja, warte. Ja, nimm ich ja mit. Wir wollen mal gucken, ob wir da hinten noch was findet. Dann lass mich mal vor, wenn du das mitnimmst. So wegen schießen und so. Guck mal, da hinten ist irgendwie der, der Scheffel oder? Da ist mehrere von denen. Nur so ganz großer, aber. Ach ja. Ja, die hängen da alle. Dabei erscheint der Scheffel zu sein, der hängt da ganz hinten. Kann man die gar nicht hier abknallen. Aus seinem Ton. Hast du das jetzt hier reingefreckt? Jo. Aber ich glaube irgendwie falsch. Alter, wie weit der entfernt ist von uns. Und der ist so riesig. Oh, weg, 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 weg. Okay. Keine Gegner? Oh. Töte die. Ha. Ne, andersrum. Oder so. Mist. Da hinten ist wieder so'n... Ne. Da ist wieder ein, wo wir reinstecken müssen. Sorry. Du Schweine. Ja, es ist spät. Okay. Hört die Baulampe aus hier. Alles klar. Ja komm schon. Oh nein. Dann macht's fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh, harte fack. Ja. Komm schon. Oh nein. Einmal zum ansehen. Da haben wir auch gut rollen. Du hast das Ding. Ja. Fetch. Ja, ne, ich muss scrollen. Das ist ein ewig langer Text. Jetzt kommst du durchs Bild gelaufen. Das war ganz zufällig keine Absicht. Okay. So. Kannst du's von hier aus da reinstecken. Hm. Hm. Brauchst du was ich alles kann? Äh. Dann steck mal. Ach, da musst du das hin. Ach so. Hier ist noch so'n... Ding, was wir hochgerangen müssen. Ja. Ich hab schon wieder so'n Ding... Ja, warte, warte. Hier sind auch Gegner. Ich hab' einen Plan. Ich hab' zumindest welche Schweine... Ja, steck' immer einen, oder? Ja. Ich... Versch... Ja. Steck' mal was weiter. Aber ich... Du sollst ja auch nicht kurz... Alter. Ich hab' ihn. Freisex! Wessen Scheißplan war das eigentlich? Geben sie mir! Nur nicht, dass ich jetzt alleine Schleiter spielen muss. Ja. Sehr schön. Freisex! Ah ne, du ziehst mich einfach mit runter in den... Oh, danke. Immer gerne. Oh oh. Guck mal, was da neben uns gibt. Sieht aber sehr knöchern aus. Sieht nicht besonders lebendig aus. Ah, ist tot. Kodex zum Maschinen im Ring. Wer hat denn jetzt den Kodex? Ich nicht. Haben wir den im Inventar? Haben wir den im Inventar? Ja, haben wir einen ganz normalen Inventar, ne? Okay. Guck mal, was da an der Decke aufhängt. Ach du Kacke. Alter! Wie riesig. Das sieht aus hier wie so'n... Friedhof. Wie in dem Film, ey. Ein bisschen, ne? Stimmt. Das ist so'n bisschen... Könnte auch hier an so'n... Wie bei den Predators oder so. Wollte ich gerade eben sagen. Wie bei den Predators, ja. Oh oh. Ah ja, klar. Logisch. Oh oh. Nachladen, nachladen. Na, da ist noch'n großer. Warte. Paketenwerfer drauf. Wo kommt der denn? Ab und da. Daun. Kleine, kleine. Kleinen sind da für dich. Oh. Oh scheiße. Ja, ich war gerade dabei. Mein scheiß Botbox ist. Okay. So, darf ich jetzt mal meine Box kurz mal? Ja. Du darfst. Du darfst. Du darfst. Du darfst so bleiben, wie du bist. Du darfst. Schleichwerbung. Du darfst so bleiben, wie du bist. Du darfst. Darf ich? Das ist aber so nett. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Aber nur, weil du es bist. Oh. Oh. So. Genug. Der rumgesülzelei. Wie läuft? Oh, da oben ist... Ne, der ist oben. Wir können ja ein bisschen... Wir können ja einen mitnehmen bis zum Ende des Lebens. Oh nein. Kurzschluss. Jawohl. Kurzschluss mach ich. Ja. Achso. Da müssen wir uns verlassen. Oh. Oh. Nein. 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 �이ß. Du musst. Ah. Na ja. Da geht die... Nebenmission. Los. Here. Hier ist ne Nebenmission. erst die mission direkt die haupt mission das ist mit dem mission die haupt mission wäre oben da war wieder so ein stimmen legen und übersetzer mit ihm braucht es sind boots an der bank zurückgekehrt in diesem was wir vorhin bekommen haben platinen ja weil wir alle pläne eingesammelt haben da ist herrigen gewesen irgendwas mit plus 3 habe ich von gesehen nicht waffen upgrades die platinen ja plus drei feuerrate plus zwei schaden zum beispiel fettes dinge oh ja aber da haue ich mir mal so ein plus clip ding auf den naja das wär ja geil jetzt haben wir hier clip plus drei nachladen plus drei clip ja mehrere von diesen krassen dingern das ist ja heftig alter schmähde ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei den Raketenwerfer ein bisschen verändert, deshalb müsste ich eigentlich ziemlich viel Schuss für den haben. Unter? Ja, vorher hatte ich nur zwei Schuss. Jetzt habe ich nur... What? Achso, Nachnamen. Drei? Höhe. Das Maximum oder was? Plus drei Clips. Plus fünf Clips habe ich hier? Ich habe insgesamt plus acht Clips drauf gehauen und habe trotzdem nur... ...drei Schuss für das Ding. Oh, da habe ich wieder einen weggenommen, jetzt habe ich nur noch drei Schuss. Und zwar, das ist zum Maximum drei Schuss. Ich glaube, das könnte sein. Welche Waffe habe ich gerade eigentlich noch upgraded hier? Ist die ähnlich? Warte mal. Bin ich die falsche gerade? Ne, ist die. Ne, ne, ist die richtige. Wir haben drei von diesen Special-Dingern bekommen, habe ich das jetzt richtig gesehen? Ach so, okay. Gut. Also, ich wäre soweit. Na shit, warte. Ich warte. Sollte schnell gehen. Ich setze mir mal irgendwo mein Wort aus. Hier ist so eine Schäde von so einem Viech für die Wette. Sollte schnell gehen. Sollte schnell gehen. Sollte schnell gehen. Sollte schnell gehen. Ist der Audio-Kart nicht angemacht hier? Nein. Er war nackt und zitterte, als ich ihn fand. Die selbst zugefügten Wunden, deren Sinn ich nur vermuten kann, waren tief in seiner Haut gegraben. Ich musste ihm das Artefakt mit Gewalt aus seiner kalten, weißen Hand reißen. Ein interessantes Objekt aus unbekanntem Material, das, wie es scheint, durch Geräusche aktiviert wird. Die Zeichen sind Worte, da bin ich mir sicher. Aber ohne Mittel, sie zu übersetzen, wird sein Zweck wohl ein Rätsel bleiben. Wenn ich nur mehr Zeit hätte, könnte ich vielleicht andere Beispiele finden und die Sprache entziffern. Mhm. So, so. Okay. Hä? Oh. Hat man lange nicht mehr, ne? Mit Alt, ganz so. Oh shit. Ich werde jetzt auch ein Leiche. Irgendwas gerummelt. Da unten. Die müssen wir runter? Das ist ziemlich fetter da unten. Ja, guck doch mal runter. Ah, doch. Ah, den hab ich schon bearbeitet. Da ist noch einer. Vorsicht, der schießt seine. Aua. Wenn du die fette Kugel kaputt schießt. Na, der lässt aber ganz gut was abfallen, wenn er lässt er später. Äh, in der anderen Richtung war da was, hast du ja schon geguckt? Hier oben? Na, wir müssen einfach nur ein Deckel oder was. Oh, hier. Ich hab hier... Ein Geheimfach. Da waren noch zwei Kisten drin. Wo ist das andere? Der andere Inhalt? Na. Waren wir wahrscheinlich nicht so richtig. Wir könnten hier nicht weiter. Wir müssen noch weiter runter. Hallo. Ne, der ist noch gar nicht tot, ne? Oder? Doch. Doch, er ist tot. Der hat auf jeden Fall noch so bunte Dinger zum Beschießen hier. Ist das hier ne künstliche Schwerelosigkeit, oder was? Was ist das, ne? Okay. Der bewegt sich nicht mehr wirklich. Zumindest nicht mehr von alleine. Zumindest nicht mehr von alleine. Zugang zum Waschenlager. Fluchtflug. Das ist versiegelt. Äh, das war zum Tor. Ja. Was? Was? Hallo Alien! Oh! Ich kann fliegen! Ja! oh was haben wir denn da schön dass man da nicht rein doch 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 bitte nur einmal ich bin da jetzt rein das ist doch gar nichts was denn kann man auch abschalten ist eine pussie textlock war irgendwo ja jetzt einfach wasser ja aber ich gucke hier unten noch mal nö ist nischt Handle Artifacts with care hihihi hallo hier lang hier lang ich glaube ich treibe auf dich zu nur ein filmchen eine video nachricht krieger merkt er das ich hab es mir gemerkt was kann die symbole merken krieger 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 die wer hat die 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 Trigger Äh, ja Wow, alter witzig Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Vorsicht, Verkätenwerfer BAM Bitches Krieger Aber echt, mei Stehen die da direkt vor der Tür und warten Direkt Zecke Ich glaub, mein Arketenwerfer tut der gar nicht mehr, ne? Weiß ich nicht Krieger Ja, lass mal gut sein da Ich glaub, mein Arketenwerfer hat der doch hier gefahren Jawohl Oh, mir auch Ah Alter, fast tot Ja, dann, äh, ne? Weißt du Bescheid Stasis, zurücklaufen zu mir Und dann hol ich zwei Raketenwerfer Und dann sind die tot Das ist Was? Irgendwas ist da noch Kleiner, mach mal nur Wieso kriecher wahrscheinlich wieder Oh, viele Was? Wo kam er her? Ich sag, wohin er sprungen Oh, da Zum Glück explodieren sie sich gegenseitig Was? Du hast da was in der Hand Ich weiß Mein Gehirn 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 Oh, jetzt noch eine Nachricht. Letzter. 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 Warte mal kurz. Stift und... Hab ich schon, hab ich schon. Machst du noch mal einen? Letzter. 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 So ungefähr dieses hier. Eins, zwei, und so ein Lockerding, ne? War Krieger. Letzter. Letzter. Geil. Hallo. Okay. Willst du tanzen? Oh. 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 Nächster! Krieger! So, ich war gerade ein wenig, äh, vertieft in, äh, ich weiß noch nicht, was auch. Nächster! Ja! Da auch drinnen! Ah, ich will haben! Hier! Da steh ich nicht mehr! So, Punkt! Müssen wir denn hin, nach hier! Krass, die Dinger sind ja doch weh! Oh, jetzt wird er dein Lieblingsspiel! Naja, ich weiß jetzt. Was? Ich komm! Ja, ähm, äh... Oh, ein Waffenteil! Ich muss also so ein... Oh, ne, ein Alien-Artefakt! Ich muss die Tappen! Nö, zu spät! Ich war schon hier an dem scheiß Automaten! Ja! Was soll's! Ich will nicht mehr! Oh, ne! Ne! Die schrägen Panzer oder nicht? Doch! Ich will nicht mehr! Ah, komm ich gleich! Äh, äh... Äh, äh... Ah... Ah! 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 Ich wäre ja noch Zeit gewesen! Hä? Hä? Hast du eingeloggt? Ach, ne! Ich bin ja der Andere! Jetzt hab ich auf der rechten Seite angefangen aus! Ja, ne! Ach, okay! Oh, Mann, ey! Ey, funktioniert mein Eh nicht mehr damit? Doch! Klasse! Ganz tolle Kacka! Feines Kacka! Feines Kacka! Feines Kacka! So! Zu hier! Hallo! Hallo! Oh! Ja! Eine Bank! Aber diesmal nur ganz kurz, weil wir haben schon vorhin ein paar Minuten hier an der Bank gestanden. Ja, wir haben es auch schon wieder... Ich seh schon... Freitisch gesehen, oder? Theoretisch. Aber ich glaube, wir machen die Nebenmissionen lieber nochmal durch, sonst fangen wir wieder irgendwo in der Balachaia an. Richtig. Ja, cool. Ja, dann machen wir trotzdem noch mal. Ja, gut. Obwohl, ja... Weiß ich nicht. Eins halt... Weiß nicht, wie lange es noch geht. Ja, okay. Wir machen ja noch weiter. Dann wird ja länger. Genau. Das geht ja auch. Das kann man mal machen, so kurz vorm Schluss, ne? Äh... Äh... Ich komm jetzt zurück. Hä? Hängt dran? Wenn die Großen kommen? Guck mal, der hängt da hinten in der... in der... Oh oh, das ist einer von denen, die sich regenerieren. Au. Die haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, oder? Warte mal, bis bevor... Hier sind noch zwei. Hier sind noch zwei. Hier sind noch zwei. Hm, die werden sich bestimmt gleich alle befreien. Jo. Dann haben wir ein böses Kacka. Hier ist wieder ne Video nach. Oh. Du, was? Obf, ja. Obf, ja. Schreibst du dir auf? Oh, warte mal. Obf, ja. Obf, ja. Obf, ja. Obf, ja. Wir haben vier Stück von den Viechern, ey. Aber bis jetzt so drei so komische Übersetzungen bekommen. Das ist halt was mit den Viechern noch. Ja, oh. Vielleicht steht da oben drüber Human. Wenn er wirklich menschlich ist, ist er aber nicht mehr. Letzter Krieger, oh. Gucken wir mal. Hier ist noch was. Hier ist das Lager auf jeden Fall. Ah, f***. Ziel erfüllt, ey. Na, hier ist das Lager. Na dann. Schnellt alles einsammeln und weg. Diesmal habe ich sogar Platz im Mittag gehabt. Bei dem Zeug, was ich alles vorberaten habe. Aber für was haben wir uns jetzt diesen Mister gemerkt, dass Checklist was. Ja, so. Erfahren wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, hier gleich noch. Ah. Das bin ich voll. Na, hier nochmal durch. Ja. Im nächsten Speicherpunkt. Okay. Einmal durch. Lauf, lauf, lauf. Die. Ist das einer von denen? Kennen wir ja, ne? Das ist einer von denen, ja. Oh. Da die Leiter runter, ich gebe dir Deckung. Geh runter, geh runter. Ich bin... Runter. Boah, die fetten, die fetten. Hier ging's gar nicht lang. Nein. Oh, ich seh nix. Wirst du wieder hoch? Na. Oh, Backe. Aua. Ich konnte die Platine nicht aufnehmen. Ja. Nein, hier muss man den Kurzschluss verursachen. Ich kacke ab, ey. Willst du mich verarschen? Ich hoffe, du hältst ihn da oben in Stars. Ich mach ja grad den Kurzschluss. Ja. Okay. Geh, 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 geh. Wollt's hin? Weiß ich noch nicht. Muss ich denn überhaupt hin und runter, oder? Irgendwas ist da hinter mir. Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob die hier so gut, äh, durchkommen. Das ist ja eigentlich nicht, ne? Weil die haben ja irgendwie keine Raketenschuhe. Ich seh sie jetzt zumindest nicht. Vielleicht ist die Laufenslosse für die Schwerelosigkeit. Ja, die laufen ja in der Wand entlang. Ja, gut, das könnte gehen. Das ist toll. Alter. Verdammt viele. Boah. Äh. Äh. Ich hab keine Stase mehr. Sorry. Geh in den Fahrstuhl. Ja. Hast du schon gerufen? Ja. Ich hab's mal entspannt angeh... Ich hab's mal entspannt angeh... Ja, da war schon noch. Ich wollte nur mein Scheißlos werden, aber dann hat er mir da tausend Meldungen wieder gegeben, äh... Ja, das hast du jetzt, das hast du jetzt... Fuck das mal. Ja, wollen wir mal reingehen? Äh... Oh, shit. Ja, wenn ich's nur... Das gleiche. Okay. So. Ja. Ja? 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 Ja, ja? Ja, ja. Tschüss! Oh, shit. Ihr lustigen Viecher. Oh, man ey. Die sind doch... So fies sind die gar nicht, ne? Die sind ziemlich langsam. Ne, die sind... was das angeht, zum Glück schon. Wir haben... Hier waren wir schon, oder? Zu den Ausgrabungsteams gehörten einige unserer klügsten Archäologen und Soldaten. Was mit ihnen hier unten passiert ist, dient uns allen als abschreckendes Beispiel. Was haben sie zu einem solch extremen Verhalten getrieben? Zu solcher Verderbtheit und Gewalt? Ich habe ihre Leichen im Auffangraum beschlagnahmt. Dort hoffe ich, Antworten zu finden, nicht nur hinsichtlich ihres Ablebens, sondern auch bezüglich des Außesweiches, das sie in den Küchen entdeckt haben. Ja, ich glaub, wir... Hier sind wir, glaub ich, gestartet, oder? Für mich sieht das hier alles gleich aus. Ah, hier waren so komische Alienviecher hier. Oh, guck mal! Irgendwas redet mit uns. Ja, hier ist so ein Übersetzer. Wollen wir jetzt hier einen Chat machen, oder? Ne, lass dich erstmal durchs Tür gehen. Der muss niemand durch hier nehmen. Flieger, letzter Opfern. Okay, hier hab ich noch zweite Auswahl. Dann hören wir hier in dem Benzfahrt. Ich höre mich. Ach, er sagt doch was vorher, ne? Warte. Verklärt das? Das, was du jetzt hast. Das, was du jetzt hast. Das ist einfacher als gedacht. Ja, ne? Eigentlich schon wieder zu einfach irgendwie. Geile Tür. Ja. Ja. Wie man es erstmal nochmal raus hat. Jo. Okay, ich denke hier könnten wir jetzt mal... Hat er gespeichert? Ja, ich glaub der hat vor einem Inventar oder irgendwas gespeichert. Fortschritt weiß ich nicht. Ja, warte, ich mach mal hier. Ah. Ja, würde ich sagen, mach mal hier mal jetzt, ne? Genau. Hier ist Feierabend und wir werden auch nie wieder weiter spielen. Nein. Kurz vor Schluss. Ich denke, das reicht hier auch. Okay, shit. Ja, das muss aber abbrechen jetzt. Meinst du? Aua. Ja. Sind nur die Kleinen hier. Der Säcke. So. Weißt du Bescheid. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Reingehauen.